Der Transfersommer der Bayern wird irgendwie immer blamabler. Auch wenn man jetzt Harry Kane bekommen hat, was definitiv ein Ausrufezeichen ist, hat man sich da dennoch schon so ein bisschen über den Tisch ziehen lassen und generell lange hinhalten müssen. Gut, am Ende hat man ihn bekommen, jetzt mal abgesehen von Kane. Heute soll es um was anderes gehen, denn wie das Transferkomitee von den Bayern nun beschlossen hat, möchte man keine Notnummer 1 mehr holen anstelle von Manuel Neuer, der damit halt eben ersetzt werden sollte. Also darunter fallen vor allem die einigen zuletzt zu Bayern gerüchteten Torhüter, wie eben ein Derea, ein Kepa oder beispielsweise zuletzt ein Ortega, wo ja ein Wechsel auch nicht zustande kam, weil Pepin unbedingt behalten möchte. Denn die neue Strategie lautet nun, es soll eine Nummer 2 her. die Sven Ulreich vertritt. Also die Bayern-Bosse haben eben beschlossen, mit Sven Ulreich als Nummer 1 in die Saison zu gehen, zumindest mal planungstechnisch. Denn wie es heißt, sind sie nämlich mit der Leistung von Ulreich zufrieden und trauen ihm zu, die Saison zu spielen, bis oder falls Neuer nach seinem Schien und Waden beim Bruch fit zurückkehrt. Also ganz klar festgesetzt, Ulreich ist die Nummer 1 und man muss jetzt halt eben einen Backup für ihn verpflichten, einfach aufgrund der Kaderbreite, weil wenn er sich jetzt auch noch verletzen sollte, hätte man halt nur noch Jugendspieler zur Verfügung. Dementsprechend sucht man jetzt jemanden für die Kaderbreite, keinen, der qualitativ über einen Ulreich hinauskommt. Und das finde ich schon sehr ernüchternd, gerade mit der Begründung, dass man da halt eben viel weniger ausgeben muss, weil für einen neuen Ersatz muss man halt schon so an die 20 Millionen zahlen. Oder selbst ein Derea, der ablösefrei zu haben ist, wäre von seinem Gehalt her schon sehr teuer. Jetzt sucht man halt eben eine Nummer 2 hinter Ulreich, der dann dementsprechend eigentlich fast gar kein Gehalt für Bayernverhältnisse in Anspruch nehmen würde, beziehungsweise auch nur eine geringe Ablöse kosten würde. So viel also dazu, zu dem was besprochen wurde und was jetzt der Status quo ist. Jetzt meine Meinung dazu und da muss ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Generell bin ich kein großer Ulreich-Fan und muss tatsächlich sagen, wenn man sich so umschaut bei Bayern-Fans, da gibt es einige, die echt viel von Ulreich halten. Ich muss da oft dagegen halten, denn wie ich finde, klar, er macht seine Sache gut als Nummer 2. Gut, da muss er auch nicht viel spielen. Aber wenn er spielt, hat er, wie ich finde, eine schwache Strafraumbeherrschung. Gerade bei Flanken oder Standards, wenn er rauskommen muss, ist er echt nicht der Beste und recht unsicher. Zudem hat er, wie ich finde, Probleme im 1 gegen 1. Also, ja, er weiß so oft nicht so wirklich, wann er rauskommen muss oder wann nicht, beziehungsweise so wirkt es auf jeden Fall. Und das sind halt einfach so torwarttechnische Details, die die meisten Fans gar nicht wahrnehmen, die bei ihm aber einfach nicht wirklich gut sind. Auch wenn er bei Bayern ja eigentlich gute Torhüter-Trainer hatte und mit Neuer ja auch lange mit dem wohl besten Torhüter der Welt zusammen trainierte. Des Weiteren ist der fußballerisch echt nicht der Beste, also was sein Spiel mit dem Ball am Fuß angeht. Für einen modernen Torwart ist er da halt einfach wirklich nicht auf dem Niveau, was man sich da wünscht. Und vor allem bei Bayern mit viel Ballbesitz ist es natürlich schon ein Problem. Vor allem, wenn man vom Gegner gepresst wird, was halt je nachdem Gegner abhängig ist. Aber da könnte man schon Probleme bekommen, je nachdem. Aber ich will auch was Positives erwähnen. Auf der Linie ist er echt stark, also gute Reflexe und so weiter. Ab und zu vielleicht mal kleine Fehler, Unsicherheiten. Aber da will ich ihn auch mal loben, wenngleich ich ihn insgesamt definitiv nicht auf dem Niveau für die Bayern sehe. Das hat man vor allem auch bei seinem Jahr bei dem HSV gesehen, als er in der zweiten Liga Stammtorhüter war für eine komplette Saison. Denn da hat er auch überhaupt nicht überzeugt. Nicht ohne Grund war er nach einem Jahr wieder weg von da und ging wieder zu den Bayern, wo er eben größtenteils nicht spielen muss und ein gutes Gehalt bekommt. Und nun ist das halt seine Chance, hier zu zeigen, was er kann. Ich persönlich bin nicht davon überzeugt. Aber um das Ganze noch so ein bisschen zu verharmlosen, muss man sagen, es ist ja nur für die erste Saisonhälfte quasi eingeplant. Bis 2024 sollte Neuer zurück sein. Man weiß es natürlich nicht, wie da so der Stand der Dinge ist. Aber wenn man jetzt sagt, Neuer kommt dann zurück, dann hat man auf jeden Fall Ulreich nur in der ersten Saisonhälfte. Und da muss er halt in der Bundesliga spielen und die Gruppenspiele der Champions League, die man im Normalfall auch so schaffen sollte. Aber wie gesagt, es wird halt eben je nach Gegner problematisch, wenn er im Spielaufbau mit eingebunden werden sollte, da dies nicht seine Stärke ist. Im Supercup hat man ja schon seine Leistung beurteilen können gegen einen guten Gegner. Und so hatte er zwar keine Fehler drin, die irgendwie zu einem Schuss oder Tor geführt haben. Auf der Linie hat er eigentlich wenig Schüsse bekommen. Drei waren drin. Einen hat er überragend gehalten. Aber vor allem mit dem Ball am Fuß war das echt wirklich nicht stark. Und vor allem, wenn Leipzig hoch angelaufen ist, hat man da seine Schwächen gesehen. Aber mal schauen. Ich denke, man wird irgendwie über die Runden kommen. Dennoch muss ich nochmal zu den Verantwortlichen der Bayern zurückkommen. Denn die haben sich hier einfach komplett verzockt. Die haben sich nur auf Harry Kane fokussiert. Und währenddessen einfach Jan Sommer verkauft. Und auch noch einen Nübel verliehen. Den ich auch nicht allzu gut finde. Aber im Vergleich zu Ulreich wäre er denke ich dennoch noch die bessere Lösung gewesen. Aber vor allem der Verkauf von Sommer macht im Nachhinein wirklich überhaupt keinen Sinn. Zu dem Zeitpunkt, als es passiert ist, dachte ich, man hat halt eben schon konkrete Pläne, wen man dann stattdessen holt, der auf einem ähnlichen oder vielleicht besseren Niveau wie Sommer ist. Nun hat man keinen bekommen und steht damit deutlich schlechter da, wie wenn man Sommer behalten hätte. Was auf jeden Fall schon kritisch zu beäugen ist. Und was ich in diesem Video auf jeden Fall auch getan habe. Nun gebe ich den Ball aber zu euch. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Stimmt ihr mir zu oder seht ihr es doch anders? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.